Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Heute soll es um das Stück Die Perser von Eschilos gehen. Eschilos war ein Grieche, geboren circa 525 vor der Zeitenwende, gestorben 456 auf Sizilien. Angeblich ist er erschlagen worden von einer Schildkröte, die einem Raubvogel aus dem Maul fiel und vom Himmel herabfiel und genau auf den armen Eschilos. Eschilos war ein Bürger in Athen und hat für die Athener als Fußsoldat gekämpft, als Hoblid, in berühmten Schlachten gegen die Perser, nämlich einmal in der Schlacht bei Marathon 490 und dann zehn Jahre später in der Schlacht bei Salamis. Salamis ist eine kleine Insel vor Piraeus gelegen, eine Seeschlacht war das. Und diese Seeschlacht wird er in seinem Stück Die Perser schildern. Der Hintergrund ist, dass die Perser genau in dieser Zeit ihre Machtfülle immens ausgedehnt haben. Beheimatet ursprünglich eben im Iran, sind die Perser unter der Dynastie der Achemeniden immer weiter nach Westen vorgerückt und haben schließlich auch die griechischen Kolonien an der Küste Kleinasiens eingenommen, bekämpft. Die haben sich erhoben und die Perser haben diese Aufstände niedergeschlagen. Berühmt ist der Achemenide Daraios I. geworden, der diese Aufstände niederschlagen konnte. Aber dann haben die Perser auch Niederlagen erlebt, unter anderem eben auch in der Schlacht bei Salamis, in der nun Daraios Sohn Xerxes der Anführer des persischen Heeres gewesen ist. Im Anschluss an den Sieg der Athener über die Perser ist Athen zu einer Großmacht aufgestiegen. Die attische Demokratie hat sich in diesem Stadtstaat durchgesetzt und ist nun zum Prototyp der Demokratie geworden, auf die wir heute, wir Europäer heute, so stolz sind. Und genau im Zusammenhang mit der Entstehung dieser demokratischen Bewegung in einem griechischen Stadtstaat entsteht nun eine neue literarische Form, nämlich das Drama, das Schauspiel. Und das hat folgende Begründung. Die Völker der alten Zeit sind organisiert zunächst einmal in Familien, in Clans. Und nun passierte das Seltsame, dass in Griechenland, in Athen, man daran ging, diese Familienzusammenhalte, diese Clans zu aufzubrechen und etwas zu erfinden, nämlich einen Zusammenhang von Menschen rein aufgrund der Eigenschaft, dass sie in einem Ort zusammenwohnten. Und um nun diese Clans zu zerstören, machte man Folgendes in Athen. Man stellte Pühlen her, das sind Ortseinteilungen, in denen nun verschiedene Clans aus verschiedenen Zusammenhängen, Landbevölkerung, Fischer, Stadtbevölkerung zusammenwohnte, aber eben nicht mehr in ihren alten Clans beheimatet war. Und um nun Männer aus verschiedenen und zum Teil wohl ursprünglich verfeindeten Familien zusammenzubringen, erfand man eine neue literarische Form, nämlich das Drama, in dem ein Chor, eine Gemeinschaft von Männern, in einem gleichen Maß sprechen, singen musste und sich bewegen musste. Und das ist sozusagen die Erfindung, das ist die politische Dimension, die hinter der Erfindung des antiken Dramas steht. Und in dem Fall von Eschilos, die Perser, wählte Eschilos zwei Versmaße, mit denen der Chor sprechen musste. Das war zum einen der Anapest, rhythmischer Sprechgesang. Das geht so, unbetont, unbetont, betont, unbetont, unbetont, betont, also Das kann man sehr schön in dieser oft viel silbrigen Sprache des Griechischen bewirken. Zum anderen gab es ein zweites Versmaß in den Persern, das sogenannte Ioniker-Versmaß. Und das ging lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz. Und in diesem rhythmischen Sprechen mussten sich nun die Männer, die aus verschiedenen Familien zusammen kamen, in einem Chor zusammenfinden. Und dann stand sozusagen Stadtviertel gegen Stadtviertel, Chor, Männerchor gegen Männerchor in einem Wettbewerb gegeneinander. Und das brachte doch eine Zerstörung der alten Clan-Zusammenhänge zu Wege. Erschilos hat in seinem Leben circa 90 Stücke geschrieben. Er hat fünf große Preise erhalten. Er war Dichter, Schauspieler und Choreograf. Das heißt, er hat diesen Männerchor einstudiert, sprachlich einstudiert. Er hat in der Männerchor muss sich dann auch gleichförmig bewegen. Es ist eben auch eine Art Tanz. Das hat er bewerkstelligt. 472 kommt nun auf dem Fest der großen Dionysien das Stück die Perse heraus. Die Dionysien, das waren Festspiele, die acht Tage lang im April in Athen stattfanden und zu Ehren des Gottes Dionysos veranstaltet wurden. In diesen acht Tagen hat man sich im Theater eingefunden und sah nun als pattischer Bürger Tragödien und Satierspiele. Und Chor trat gegen Chor auf. Und zum Schluss wurde eben ein Sieger gekürt für das beste Schauspiel, das in diesem Jahr uraufgeführt worden war. Und 472 war das die Perser von Eschilos. Das Stück schildert nun die Niederlage der Perser bei Salamis und zwar wie diese Kunde von der Niederlage beim persischen Hof ankommt. Mitspielen tut der Männerkorps, das sind in dem Fall die persischen Edelleute, der Hof. Eine Frau, Athossa, das ist die Gemahlin des verstorbenen persischen Königs Daraios I., der die Griechen auch in vielen Schlachten besiegt hat. Es taucht auf ein Bote, der dann den Bericht gibt von der Niederlage der Perser bei Salamis. Es taucht der verstorbene Daraios aus dem Totenreich auf und schließlich Xerxes, der Sohn von Athossa. Und Daraios, er wird auf der Bühne erscheinen und muss seine Niederlage und die Zerstörung seines Sehres dem Hof verkünden. Es beginnt damit, dass der Chor zusammenkommt und nun voller Hoffnungen und voller Bangen auf Nachricht von dem persischen Heer wartet. Alle Männer, alle jungen Männer, alle mittelalterlichen Männer sind losgezogen, Persien ist entblößt, zurückgeblieben sind nur Frauen, Kinder und Alte und man hat schon Befürchtungen und Ahnungen, aber immer noch hofft man. Man weiß, dass Xerxes mit diesem Heer aufgebrochen ist, dass er den Bosporus mit einem Landheer über eine Pontonbrücke überquert hat und damals sehr herrisch das Meer gebändigt hat. Er ist auch mit vielen Schiffen losgezogen und man erwartet in Kürze seine Rückkehr. Dann erscheint Atossa, die Mutter, und schildert ihre Vorahnungen und schließlich kommt der Bote und berichtet von der Niederlage der Perser in der Seeschlacht bei Salamis. Und dieser Botenbericht ist sehr, sehr ausführlich und sehr genau und es ist der einzig erhaltene Bericht und zwar eine genaue Schilderung dieser Schlacht, die wir von dieser Schlacht haben. Und sie ist wohl auch deswegen so genau, weil Eschelus ja selbst bei dieser Schlacht dabei war. In ihrer Verzweiflung ruft Atossa ihren toten Gemahl aus dem Totenreich und fragt ihn um Rat, was sie tun sollen. Der Raios kommt und hört sich das an und sagt, schließlich trifft die Perser selbst die größte Schuld, weil sie in Hybris und Übermut die Griechen angegriffen haben. Und er sagt, das sollen sie nie wieder tun, die Perser, sie sollen lieber ihr Leben genießen. Und dann verschwindet er wieder im Grab. Und schließlich taucht Xerxes auf, gesteht seine Niederlage und es hebt ein großes Wehklagen an und ein Nachdenken über diese Niederlagen. Zusammenfassend kann man also Folgendes sagen, dass Eschelus mit den Augen eines Griechen in diese persische Welt schlüpft, in die Welt des Orients und nun von dort her sozusagen Europa und auch Athen schildert. Und es ist die erste große Begegnung von Europa und dem Orient in der schönen Literatur. Und es beginnt auch so, dass man anfänglich eben auch gar nicht viel voneinander gewusst hat. Der Orient nicht vom Oktzident und umgekehrt genauso. Und so wird Eschelus die Königin folgende Frage stellen lassen. Sie fragt den Chor und es entsteht ein Zwiegespräch zwischen ihr und dem Chor. Wo auf Erden, Freunde, mag wohl dies Athen gelegen sein? Fern im Osten, wo der Sonne letzter Strahl erlöschen sinkt. Und doch trug mein Sohn Verlangen, zu bezwingen diese Stadt? Ja, denn das gesamte Hellas würde ihm dann untertan. Birgt Athen in seinen Mauern ein so unermesslich Heer? Ja, ein Heer, das vieles leid schon angetan dem Medervolk. Was besitzen außerdem sie? Sind die Häuser reich an Gut? Silberschätze quellen ihnen aus der Erde reich im Schoß. Und sind ihrer Hand vertraut auch Bogenseen und Pfeilgeschoss? Nein, sie tragen Schild und Rüstung, führen Lanzen in die Schlacht. Aber wer ist ihr Gebieter und befiehlt als Herr dem Heer? Keines Mannes Sklaven sind sie und auch keinem Untertan. Wie vermögen sie der Feinde Angriff dann zu widerstehen? So, dass des Daraios großes, schönes Heer vernichtet ward. Trauen, die Mütter unserer Krieger lässt ein Wort jetzt bangen schwer. Also in diesem C-Gespräch befragt Atossa die persischen Edelleute, wie es denn in Athen aussieht. Und sie antworten ihr und geben ihr Antwort von dem, was sie wissen. Und nun taucht schon etwas auf, ein kultureller Unterschied zwischen diesen beiden Völkern, den Griechen und den Persern. Ein Unterschied, der sehr, sehr bezeichnend geworden ist, auch für die Diskussion zwischen Orient und Oktzident, Europa und dem sogenannten Orient. Zum einen im Europa leben Demokraten, während im Orient Monarchien, Despoten leben. In Europa leben freie Männer, keine Sklaven. Und hier kämpft man Mann gegen Mann und scheut die Fernwaffe, die eigentlich eben doch nur feige Menschen gebrauchen, um nicht allzu sehr in körperliche Gefahr zu geraten. Man hat hier schon einen kulturellen Gegensatz, der dann auch immer wieder einmal in der Diskussion zwischen Orient und Oktzident auftauchen wird. Bemerkenswert ist aber noch eine andere Stelle, eine andere Geschichte. Atossa hat nämlich in der Nacht zuvor einen Traum gehabt. Und in diesem Traum schildert sie nun die beiden Völker, die Griechen und die Perser, als Schwestervölker. Und das kommt daher, dass die Perser, ihr Name kommt von Perseus. Und Perseus war der Sohn des Zeus und der Danae. Und diese Perser haben nun eben nicht Griechenland als Sitz gewählt, sondern Persien. Und deswegen, sie haben auch eine andere Sprache, Persisch, und deswegen sind sie Barbaren. Und Barbaren bedeutet in diesem Jahrhundert nichts anderes als nicht griechisch sprechende Völker. Und das schildert nun Atossa, wie diese beiden Völker sich nun begegnen als Schwestern in ihrem ahnungsvollen Traum. Sie sagt, Gar viele Träume nahten sich mir Nacht für Nacht, seitdem mein Sohn ins Land der Iaonen zog, es heim zu suchen, mit es reiches Heeres macht. Doch keiner dieser Träume war so deutlich je wie der der letztvergangenen Nacht. Zwei Frauen in schönen Kleidern traten vor mich hin, die ein im reichen Schmuck der Perser Tracht, die andere jedoch in griechischem Gewand. An Größe und an Schönheit übertrafen sie die Frauen unserer Zeit, und Schwestern waren sie des gleichen Stamms. Als Heimat hatte Griechenland die ein erlost, die andere das Barbarenreich. Die beiden nun gerieten, wie ich's sah im Traum, in Zank und Streit. Als das jedoch mein Sohn gewahrt, da hält er sie zurück, besänftigt sie und spannt sie vor den Wagen, und auf ihren Hals legt er das Joch. Die eine, stolz auf diesen Schmuck, bot willig seinem Zaum die Zähne dar. Die andere, ungebärdig reißt mit ihrer Hand in zwei die Riemen, schleift den Wagen zügellos gewaltsam fort, und mittendurch bricht sie das Joch. Da stürzt mein Sohn vom Wagen, und sein Vater tritt hinzu, wehklagend. Aber als ihn Xerxes sieht, zerreißt aus Scham er das Gewand an seinem Leib. Das ist's, so sag ich, was bei Nacht im Traum ich sah. Also hier träumt sie, wie ihr Sohn die Perser und die Griechen unter sein Joch spannen will, und wie die Perser, die Barbaren genannt werden, dieses Joch will ich aufnehmen, während die Griechen sich dagegen wehren, um dieses Joch zerreißen. Ein ahnungsvoller Traum. Bemerkenswert nun an diesem Stück von Eschelos ist, dass man nirgendwo eine Häme bemerkt. Die Perser werden nicht voller Häme betrachtet. Man schaut nicht auf sie herab. Ihre Niederlage wird geschildert, eigentlich mit sehr großem Verständnis für die Trauer, die sie dann trifft. Es sind geschlagene Helden, die da auf der Bühne zu sehen sind. Helden, wie es auch die Griechen kennen. Und damit zwar Barbaren, aber halt Menschen, die eine andere Sprache sprechen, aber absolut keine minderwertigen Menschen. Sie haben eine andere Schuld auf sich geladen, und zwar die Schuld des Hochmuts, der Gotteslästerung und des Übermuts. Und das spricht ganz deutlich der aus dem Grab entstiegene König Daraios aus, der nun schildert, weswegen die Perser eine Niederlage erleben mussten. Und er sagt Folgendes. Es war der Lohn des Hochmuts und der Gotteslästerung. Denn die nach Hellas zogen, raubten ohne Scheu die Götterbilder, steckten Heiligtümer an, verschwunden sind Altäre, Göttersitze auch, von Grund aus umgestürzt und wüst und wild zerstört. Für solches Tun, denn müssen sie mit gleichem Maß jetzt und in Zukunft bösen. Noch ist nicht zu sehen des Leides Grund und immer Neues quillt herauf. So wird die Dora Lanze auf Platees Flur zur Sühne fließen lassen, Ströme Perserbluts und Totenhügel werden bis ins dritte Glied dem Auge sichtbar Stumm beräte Mahner sein, das überheblich denke nicht, wer sterblich ist. Denn aus der Hoffertblüte wächst als Frucht die Schuld, die dann zur Ernte reich an Leid und Tränen reift, die ihr jetzt solches Strafgericht vor Augen seht, bänkt an Athen und Hellas, auf das niemand je sein gegenwärtig Glück missachtend fremdes Gut begehre und zerstöre eigenes großes Glück. Für wahr. Zeus ahndet allzu stolze Sinnesart und über Frevler hält er stets ein streng Gericht. Drum mahnet Xerxes, dem es jetzt an Weisheit fehlt, mit euren weisen Lehren, dass er fördern nicht die Götterkränke durch vermessenen Übermut. Für der Raios ist es also Hybris, Gotteslästerung, Machtdrang, die die Perser letztlich scheitern lässt. Und bemerkenswert ist nun an seinen Worten und an diesem ganzen Stück sind mehrere Momente. Der Raios schildert, wie die Perser sich gegen die griechischen Götter, allen voran Zeus, vergangen haben. Und das ist bemerkenswert, weil die Achemeniden eben kein Volk war, das die griechischen Götter verehrte, sondern sie waren in dieser Zeit Anhänger des Zohoastrismus. Und das war nun, also die Religion des Zarathustra, das war nun eine Religion, die einen starken Dualismus von Gut und Böse kannte, von Moral auch, von Wahrheit und Lüge und von Licht und Schatten. Und ihr oberster Gott war Hura Mazda und sein Gegenspieler Ariman. Das war noch eine Religion, die noch viele Gottheiten kannte, also noch nicht monotheistisch war, sondern noch stark polytheistisch gefärbt, so wie ja auch die griechische Götterwelt eine polytheistische Götterwelt war. Aber eben nichts davon kommt zu Wort, in den Worten des Daraios, sondern was er schildert, ist sozusagen die Wut des Zeus. Und an anderer Stelle wird auch Ate, das Schicksal genannt, und die griechischen Schicksalsgöttinnen, die Mäuren. Also die griechischen Götter, die über die Perser, die ganz andere Götter haben, urteilen. Und zum Zweiten wird genannt, die Hybris des Menschen, Xerxes, der nicht auf gute Ratschläge hört, sondern nach Griechenland zieht und eine Niederlage erleben muss. Und das ist eben sehr seltsam, dass nun für Eschilas versucht wird, aus der Sicht der hier zu Wort kommenden Perser, des persischen Königs, entscheidend für die Niederlage, den Willen der griechischen Götter anzunehmen. Eschilas spricht also durch den Mund eines Persers, aber eben als Grieche, und zwar immer als Grieche. Immer mit einer Perspektive, die typisch griechisch ist. Und das zeigt sich auch in dem zentralen Motiv, was hier bei Deiraios laut wird, ein zentrales Motiv in der griechischen Religion und griechischen Philosophie, nämlich das Vergehen der Menschen gegen die Götter. Über dem Apollo-Tempel in Delphi stand der Spruch Erkenne dich selbst, Gnoti Seoton. Der Mensch, der den Göttern gegenüber tritt, soll voll Demut sein. Er muss wissen, er ist nur ein Mensch und die Götter sind allmächtig. Und das ist ein Thema, was wir in vielen antiken Dramen der Griechen wiederfinden werden, nämlich Menschen, die sich gegen die Götter vergehen, wie zum Beispiel in dem Drama Oedipus. Die Perser, das Drama Die Perser spielt nun diesen Erkenntnisprozess wieder. Am Anfang steht ein Nichtwissen der Perser. Sie ahnen und hoffen, was passiert sein kann in Griechenland. Und dann kommt das Wissen, der Botenbericht, die Schilderung der Schlacht. Und dann kommt als dritter Teil die Bewältigung, das Umgehen mit der Katastrophe. Also das Erkennen der menschlichen Schuld, der Hybris des Vergehens gegen die griechischen Götter. Das hier ist das, was Aristoteles in seiner Dramentheorie die Katharsis nennt. Das reinigende Moment. Der griechische Zuschauer im griechischen Theater soll einem Schauspiel beiwohnen, wo ihm vorgeführt wird, wie es ist, wenn er sich gegen die Götter verschuldet. Er soll seine Schuld erkennen, er soll einen Schrecken erleben und er soll eine Art Reinigung der Seele erleben und aus dem Stück mit einer veränderten Geisteshaltung herauskommen. Er soll erschüttert werden und sein Verhalten verändern und genau das wird eben auch mit den Worten des Dachaios gesagt. Und deswegen schildert Eschelos eben die Schlacht bei Salamis nicht aus der Sicht der Sieger, der Griechen, die nun Freude, voller Freude über den Sieg über die Perser reden würden, sondern aus der Sicht des Besiegten. aus der Sicht derer, die eben die Schuld auf sich nehmen müssen, nicht demütig gegen die Götter gehandelt zu haben. Das Stück hat wie gesagt den ersten Preis bekommen, 472, und wurde dann auch immer wieder aufgeführt, deswegen ist es auch erhalten worden. Ursprünglich wurde auf den Dianysien jedes Jahr ein neues Stück aufgeschrieben, man hat es nicht wiederholt, aber dieses Stück war so großartig, dass man es auch immer wieder aufgeführt hat und zudem brachte es auch noch eine Neuerung in die Schauspielform. Es brachte nämlich einen zweiten Schauspieler auf die Bühne, der nun im Dialog konnten die zwei Schauspieler miteinander sprechen und als dritter Redner war dann der Chor zugegen. Das war etwas vollkommen Neues und Modernes, vorher hatte man immer nur einen Schauspieler und den Chor, also etwas ganz Neues, was Eschilos sich da ausgedacht hat. Ziehen wir ein Fazit. Diese erste literarische Begegnung zwischen Oktzident und Orient, die wir bei den Griechen finden, ist eine kriegerische Begegnung. Es wird die Gewalt geschildert, die diese beiden Kontinente auch immer wieder gegeneinander agieren lässt und es kommen noch weitere Momente, die uns dann auch im Laufe dieser dritten Season immer wieder beschäftigen werden. Es werden nach und nach immer mehr kulturelle Unterschiede geschildert. Später werden wir den großen Unterschied zwischen Christentum und Islam in der Literatur finden. Hier ist es noch der Gegensatz zwischen den Griechen und den Barbaren, die nicht nicht Griechisch sprechen, wobei das eben Barbar keinen pejorativen Klang hat, sondern einfach auch ein Schwesternvolk sind. Noch sind sie sich gleichwertig, noch wären sie auf die Bühne gebracht mit derselben Achtung, mit der man sein eigenes Volk betrachten würde, als Schwesternvolk eben. Aber was sie wesentlich unterscheidet, ist das zum einen dieses Volk, was in Freiheit und Demokratie zusammenleben will, und das andere Volk, was die Monarchie und die Despotie kennt. Und ein weiteres Moment taucht auf, was uns bis ins 20., 21. Jahrhundert immer wieder beschäftigen wird. Man betrachtet die anderen Kulturen immer mit der eigenen Perspektive. Man sieht ihre Andersartigkeit nicht. Und so erkundigt sich Eschilos gar nicht, was für eine Religion eigentlich diese Perser haben. Er weiß gar nichts über die zohoastrische Religion oder es ist für ihn nicht wichtig. Für ihn sind die griechischen Götter wichtig und nichts anderes. Das Wahrnehmen von anderen nur aus der eigenen Perspektive mit den eigenen Urteilen und Gedankengängen. Das ist ganz typisch für die Auseinandersetzung zwischen Kulturen und das ist bis heute noch sehr oft zu merken und wird uns immer wieder in dieser dritten Season beschäftigen. Das ist